wunderschönen guten morgen seite okay heute ist angenehm das heißt heute müssen wir wieder alles selber gießen wie viel okay wir haben noch genug okay das ist ernten ernten das heißt drei stück rüben braucht man drei stück rüben braucht man blödsinn neun stück rüben braucht man kartoffeln sind auch zu ernten die sehen schon so aus als ob die schon stinken würden lotte lüben und nur blau okay die sind noch nicht dann braucht man rote rüben können wir gleich alle machen koffeln braucht man so hier macht man einen noch und hier müssen wir alle machen wie viele kartoffeln viermal habe ich jetzt reingeben ok gut dann warte mal dünger 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 zuerst mal dünger weltarbeit ich habe da auch fast keine mehr das heißt ihn brauche ich und ihn brauche ich okay kann ich dünger herstellen 15 mulchflatterstaub okay machen wir so und da brauche ich korallen und sonst müssten wir kaufen gehen 35 die gehen aber so und alles andere braucht derweil können wir uns um die tiere kümmern gehen so einfach alles einsammeln sehr schön und ihr dürft raus so dann haben wir hier so und ich muss dann mal schauen warte mal für weil es mich jetzt gerade interessieren würde der krass anbauen ja lassen wir es einmal passt schon so dann einmal hier und die anderen müssen dann draußen sein oder wie da fehlt noch ein zweimal ziege da sind sie die fressen das aber jetzt nicht von hier okay 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 so ich weiß gar nicht ob wir so viel siegel überhaupt brauchen 15 doch kommt schon ungefähr hin glaube ich so dann haben wir hier ich hole wasser sonst quietscht die äh das kann ich gleich wir brauchen wasser bitte einmal wasser füllen und dann macht man nämlich hier gleich so und hier nehmen wir den natürlich was haben wir dann noch Kartoffeln aber nur sechs stück erst so jetzt können wir die wenigstens gleich hier wieder anpflanzen Dünger braucht man den hier der ist aber noch nicht erntbar nee okay ähm Kartoffeln okay dann schauen wir mal hier so das braucht man die Sachen braucht man was ist hier noch drinnen okay was war das jetzt ganz unten okay da müsste ich mal schauen was mir mehr bringt aber was haben wir hier erinnern eigentlich Mayonnaise hätte ich erinnern 225 Mayonnaise okay das ist hier halt mit den Eiern Beerenmarmelade gut die können wir verkaufen Mayonnaise oh warte mal ich hab hier ach so das ist nur die Milch ah okay ich mach einmal hier und so das heißt den Rest könnte ich verkaufen was haben wir hier da können wir wieder Tücher machen auch Kühl können wir machen oh Äpfel so das heißt die Marmelade und das können wir verkaufen alles andere braucht man ja gut aha okay die werden jetzt eh schon gemacht okay passt so da haben wir die Rüben so und hier der Knoblauch kommt der Knoblauch jetzt warte 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 war das falsch Gärtner und Feldfrüchte der Knoblauch kommt von den Kartoffeln okay passt dann kann ich die nämlich hier anbauen einmal gießen und so die sind noch nicht fertig okay fischen gehen wir dann später obwohl ich müsste fast fischen damit ich den Auftrag zusammenkriege da kam der wieder zurück ah das heißt solche Sachen müsste ich mir mehr oder weniger dann immer auf behalten für die ähm gerade für die die Versandaufträge darf ich nicht alles immer gleich verkaufen aber ich brauche halt das Geld da ist noch einer oder da war boah das ist ja ein großer ich sehe den halt nicht er sieht mich nicht alter was ist denn das für ein Gerät ist da jetzt noch einer drin das waren doch zwei oder oder auch nicht was gibt uns der Hering jetzt warte mal jetzt gibt uns drei da ist was neues ne gelbe das ist doof warte haben wir die möglichkeit dass man wenigstens wasser was feuchte Ackerbuden der normalen Feldfrüchten einen zusätzlichen Tag mit Wasser versorgt den haben wir hier gell so warte ich muss blödsinn dort schnell hier hin verschieben dass ich hier das machen kann ach so der switcht das nur ran nee aber ich hätte das halt gerne so drauf stehen ähm okay das geht nicht weil die alle arbeiten so dann weg mit dir dann ich hätte gerne das unten drunter komplett so dann kannst du wieder drauf du kommst runter dann macht man hier noch und dann stellen wir dich weil komplett nahe zusammen sieht doof aus oder wenn dann müsste ich sagen dann würde das mal so bissl wenigstens zusammenpassen den Ofen mittig und hier müsste man im Grunde genommen einen so gut dann hier hätten wir auch okay sieben Stück ist nicht viel haben wir die Möglichkeit dass wir eines ähm ne weil uns der blau blaue äh der gelbe Zitrin fällt so wir bräuchten hier einen polierten Armitisten okay das soll sich jetzt nicht mehr aus reingehen aber weißt du was was wir machen ich hoffe die ist noch da ich würde gerne zur Schmiedin schauen wo ist sie denn ob wir irgendwas aufwerten könnten laden öffnen ja 1500 okay dann geht nichts mehr dann kostet das auch 1500 genau und hier brauchen wir Silber ja gut ähm das haben wir noch nicht so Versandaufträge ich brauche 10 Stück eines hätten wir ja schon mal okay dann müsste ich aber so noch ein bisschen angeln dass wir den Tag noch ein bisschen nutzen zum Angeln warte dreht er sich um jetzt hat er es raus mit dir sehr schön dann ist da drüben der nächste ähm angeht ah verdammt ah ich kann okay jetzt ist er wieder zu spät ich hätte ja bei mir unten fischen können dann hätte ich gleich noch wegen Korallen schauen können aber gut dann nicht so dann dann hau mal rein das geht mit x gar nicht okay was wollen wir hier dann für den Boden zwischenlegen weil hier würde ich tatsächlich ihn so irgendwie lassen da so rüber so und hier noch runter ok ok hier haben wir wieder genug ok ok dann nehmen wir es langsam eh schon ein bisschen Form an hier muss ich noch alle komplett umstellen und schauen keine Ahnung wie ich das alles angehe weiß ich nicht so jetzt schauen wir noch ja ganz kurz noch mein Haus müsste ich auch mal aufwerten das ist alles schon zu ok da geht gar nichts aber warte mal ganz kurz noch kann ich einmal machen hier machen wir auch vier und dann passt das gut dann geh mal ins Bett sag ich Dankeschön gute Nacht und bis morgen mach das Ok bis morgen bis morgen bis Yeon ependrei bis bis